Heute habe ich ein spannendes Thema für dich, was dich zum Nachdenken anregen wird und vielleicht sogar den Unterschied macht zwischen nachhaltig profitabel oder permanent im Minus. Ich starte mit einer wahren Geschichte, welche dir das Dilemma beim Trading verdeutlichen soll. Was dir aber auch helfen wird, nicht denselben Fehler zu machen. Willkommen bei Kasparai Trading, ich bin Alex. Du wirst heute sehr viel Neues lernen, bitte like deswegen dieses Video, damit dieser Kanal auch weiter wachsen kann. Vielen Dank. Ein sehr erfolgreicher Trader namens Richard Dennis, der war im Jahr 1984 der Überzeugung, dass man Menschen ohne Tradingkenntnissen eine erfolgreiche Tradingstrategie vermitteln kann, welche diese dann zu großem Reichtum verhelfen wird. Sein Geschäftspartner William Eckert, der war ganz anderer Meinung. Er ging davon aus, dass es mehr dazu gehört, als einfach nur eine Tradingregel abzuarbeiten. Tiefes Verständnis, Erfahrung, aber auch Talent gehörten für ihn unausweichlich mit dazu. Beide sollten Recht behalten. Richard Dennis nannte seine Trading-Schüler Turtles, worauf die legendären Turtle-Trader entstanden sind. Sie haben sich strikt an die Regeln von Dennis gehalten, welche im Groben einfach nur aus einer Trendfolgeerkennung durch den Donkieren-Channel basiert. Bei diesem System, da ging es ausschließlich um den Preis. Keinerlei fundamentale oder subjektive Auswertung. Sie sind ausschließlich dem Preis gefolgt, solange der Trend gehalten hat. Das unglaubliche Ergebnis, was die Turtles in vier Jahren erreicht haben, waren sagenhafte 150 Millionen Dollar. Schnell wurde dieses System immer bekannter und immer mehr Trader auf der ganzen Welt haben nach diesen Regeln getradet. Doch wer die Börsengesetze von Angebot und Nachfrage versteht, der weiß, es können nicht alle reich werden. Eine sehr cleppere Frau namens Linda Reschke hat verstanden, wie die Turtles traden und hat aus ihnen die berühmte Schildkrötensuppe gemacht. Die sogenannte Turtle-Soup-Strategie war eine antizyklische Strategie und damit genau das Gegenteil von dem, was die Turtles machen. Die Turtle-Trader, die sind dem Trend gefolgt nach den festen Einstiegsregeln des Donkieren-Channels. Und Linda hat Fake-Ausbrüche in die Gegenrichtung gehandelt, wenn die Turtles daneben lagen. Sie wusste, wenn so viele Menschen auf der ganzen Welt dieselbe Richtung handeln wollen, dann wird dieses System kollabieren. Und die unerfahrenen Trader, welche zum Großteil eigentlich keine Ahnung vom Trading hatten, die würden dieses Spiel erst verstehen, wenn es bereits zu spät ist. Sie haben gedacht, sie wären jetzt alle reich, aber haben schlussendlich nur den echten Profis ihre Gewinne ausgezahlt. Ganz ähnliche Phänomene haben wir beim letzten großen Bitcoin-Boom erlebt, aber auch nach dem Corona-Crash, als viele Anleger Geld verdient haben und dachten, Trading wäre ja total einfach, bis sie letztes Jahr alles wieder verloren haben. Doch was lernen wir jetzt aus dieser Geschichte? Finger weg vom Trading, das hat alles keinen Sinn. Ich lösche meinen Kanal. Moment, nicht so schnell. Fassen wir nochmal die Fakten zusammen. Die Turtles, die waren extrem erfolgreich. Bis zu dem Punkt, an dem zu viele Trader dasselbe System mit exakt denselben Einstiegen gehandelt haben. Auch Anfänger ohne Vorkenntnisse können erfolgreich traden, wenn sie diszipliniert einem profitablen Regelwerk folgen. Fundamentale oder subjektive Auswertung ist beim Trading nicht nötig, sogar hinderlich. Starre Systeme, welche sich nicht ab und zu an den Wandel des Marktes anpassen, werden langfristig nicht funktionieren. Der einzige Grund, warum die Turtles nicht mehr erfolgreich waren, ist, dass sie ihr System niemals verändert haben. Die Parameter, nachdem sie gehandelt haben, blieben gleich, egal wie sich der Markt und deren Teilnehmer verändert hat, weil sie es nicht besser wussten. Sie haben eine Strategie getradet, welche ihnen beigebracht wurde. Ihnen wurde aber nicht beigebracht, wie man diese auch dynamisch an veränderte Marktbedingungen anpasst. Aber alles andere war top. Dem Trend zu folgen, das ist auch mein Ansatz. Keine fundamentalen Auswertungen, keine subjektiven Entscheidungen, reproduzierbare Regeln und ein sehr gutes Money Management mit sehr geringen Risiken. Das System in seiner Einfachheit ist gut gewesen und funktioniert bis heute hervorragend. Schließlich haben wir noch immer auf sämtlichen Zeiteinheiten sehr schöne Trends zu handeln. Das einzige, was nicht mehr passt, das sind die starren Parameter, welche in einem völlig veränderten Umfeld eben nicht mehr funktionieren. Es benötigt auch kein ultra komplexes System, um erfolgreich zu sein. Es reicht, einen positiven Erwartungswert zu haben mit einem soliden Chancen- und Risikoverhältnis und die passende Trefferquote. Die Einhaltung dieser Regeln, das ist die wahre Schwierigkeit. Denn in jeder Verlustserie, da kommen dem Trader Zweifel, ist das System jetzt nicht mehr profitabel. Wird sich der Markt so sehr verändern, dass dieser Ansatz nicht mehr funktionieren wird? Sollte ich jetzt besser das Risiko reduzieren oder sogar den Handel pausieren? Muss ich jetzt die Regeln ändern? Sollte ich besser einen komplett anderen Ansatz traden? Und so passiert, was immer passiert, wenn Trader nicht erfolgreich sind. Sie springt zum nächsten Ansatz, der in der aktuellen Marktphase wunderbar funktioniert, bis sich die Marktphase ändert. Die Suche nach dem Heiligen Graal geht immer weiter. Was ist denn jetzt die Lösung? Komm in meinen Premium-Bereich, ich zeig's dir. Kleiner Spaß, wusste nicht. Ich habe zwar zwei profitable Strategien, welche du erlernen kannst, inklusive der Bots, welche die Regeln umsetzt, aber du kannst das Ganze auch ohne meine Hilfe erreichen. Du musst dir folgende Fragen stellen. Hast du ein robustes Regelwerk, welches durch einen Backtest mit mehreren hundert Trades über die letzten drei bis fünf Jahre geprüft wurde? Sind die Parameter robust, dynamisch und halten viele verschiedene Marktphasen aus? Ist das System auch profitabel, wenn du die Parameter grob veränderst und nicht nur auf historische Daten optimierst? Ändere eine deiner Trendfolgeindikatoren deines Systems, wie zum Beispiel den EMA, auf andere Werte. Von 200 auf 300 oder von 100 auf 50 und prüfe, ob das System dann immer noch Gewinne macht. Dann weißt du, dass auch zukünftige Marktveränderungen dein System weniger angreifbar machen. Und die wichtigste Frage. Weißt du, was zu tun ist, wenn dein System längere Zeit nicht mehr profitabel ist? Dies ist das Motto bei uns bei Kasparatrading. Wir wissen nie, was passieren wird, aber wir wissen zu jeder Zeit, wie wir darauf reagieren werden. Du brauchst immer einen Plan. Erreicht dein Trading-System zum Beispiel einen Drawdown-Wert von x Prozent, dann weißt du, es ist Zeit, die Parameter an die aktuelle Marktsituation anzupassen. Aber Achtung! Das System nur an die neue Bedingung anzupassen, das birgt das Risiko, dass eine leicht veränderte Marktbedingung wieder zu Verlusten führt. Daher musst du Settings finden, welche sowohl in der Vergangenheit als auch mit der neuen Bewegung klarkommen. Ein System ist immer nur so stark wie sein Anwender. In meiner Ausbildung ist mir deswegen wichtig, dass jeder Teilnehmer bis ins kleinste Detail mein System verstanden hat und tiefgreifende Erfahrungen aufbaut. Warum kaufen wir zum Beispiel in Korrekturen? Wieso folgen wir dem Trend? Warum trailen wir den Gewinn möglichst schnell auf Break-Even? Welche Idee verfolgt das System? Man kann einer Trading-Strategie nur vertrauen und reproduzierbar anwenden, wenn man sie auch wirklich begriffen hat. Vor allem versteht, wann und warum sie nicht mehr funktioniert. Wann sie angepasst werden muss. Es ist okay, fremde Regeln zu traden. Was aber nicht funktionieren wird, ist ein fremdes System zu handeln, welches man eigentlich gar nicht versteht. Wie wird man nachhaltig erfolgreich? Dies ist die mit Abstand häufigste Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und die Antwort ist so unglaublich einfach. Halte dich an deinem System, aber verstehe, wann es an der Zeit ist, etwas daran zu ändern. Die Turtles, die haben es entweder gelernt oder sind in der Turtle Soup gelandet. Ich hoffe, du konntest heute etwas Neues lernen. Wenn dem so ist, dann sei doch bitte so fair und gib diesem Video einen Daumen und abonnier auch diesen Kanal. Vielen Dank, hab eine tolle Woche und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.